Ah ok, das ist jetzt bloß um... Hä? Ich bin noch da hergekommen... Was? Komme ich da jetzt nicht mehr zurück oder was? Auch noch ganz toll. Da oben? Ist da irgendwas jetzt passiert? Nö. Oh, da liegt noch Munition rum. Ja, nur mit dem Unterschied, dass ich das auf Tharmahem nicht mehr schaffen würde hier alles zu töten, glaube ich. Ich würde gerne mal wissen, was ich jetzt überhaupt noch machen muss. Ok, zurückkomme ich nix mal. Oh, doch komme ich. Nein, das ist... Hier bin ich... Falsch, ne, hier bin ich... Ich... Keine Ahnung. Passt schon. So. Also das hier ist optional. Wobei es natürlich interessant wäre, die Munition und die Schilder und so mitzunehmen. Äh... Was muss ich denn da unten noch weiter machen? Äh... Also ich muss die Schilder hier aktivieren. Die Panzer jagen immer mal in die Luft in die Türme. Ach, dann treff mich doch. Mir doch egal. Hier ist nix mal direkt. Dann... Fliege ich also da rein und... Was mache ich dann da drin? Ich muss die Türme sprengen oder was? Oh Gott. Oh Gott. Aha. Jetzt noch zwei. Okay. Okay. Was? Jetzt kommt da noch einer... Noch so eine Rivale? Äh... Okay. Ähm... Hat das mal jemand Probe gespielt auf Totalmache? Äh... Ich habe vier Leben... Also die Munition von vier Leben verfeuert. Und alles was ich so im Level hatte. Nur um diesen Scheiß einen Gegner zu töten. Dann muss ich darauf alle Gegner töten, was nochmal ewig viel war. Um am Schluss noch diesen, ähm... Konkurrenten zu töten? Ernsthaft? Ich war halt ernsthaft? Na, das war der Falsche, äh... Nein, das ist auch noch zu früh. Äh, zu spät. Okay, das ignorieren wir und wir müssen da unten rein. Da gibt es Munition und Shield und so. Und das ist dein Freund. Auch weil ich mir selbst noch nicht so sicher bin, wie ich die töten will. So schon mal nicht. Wir wollen da unten in das Loch. In das untere Loch wollen wir. Und in das oben. Und alle drei Löcher wollen. So, jetzt schnappe ich mir die Munition. Und... Ich töte irgendwie den da. Und die da. Und den. Wow. Ich töte noch das Ding. Was? Wo waren wir? Wie? Was ist denn das sein? So, Munition. Munition. Schild. Hier, Goldbahn. Wo habe ich die anderen 14 her? Äh, anderen 6. Was war das denn? Grafikfehler. Hoffe ich. Nein, das mache ich gleich erst auf. Äh, das schaffe ich eh nicht. Mich da oben auch noch durchzuballern. Und da habe ich ehrlich gesagt auch gar keine Lust drauf, das zu versuchen. falsche Richtung. Richtige Richtung. Okay. Warten wir noch einen Moment. Ist nichts wieder durch. So. Jetzt habe ich wenigstens ein bisschen Munition und so, ne. Und ein Schild noch. Ah. Das nervt überhaupt nur, dass ich die ganze Zeit abstürzt. Nicht im geringsten. Ich merke das gar nicht. Ja. Stirbst du bitte mal? Danke. So. Wo ist der andere? Der andere ist dahinten. Ah. Dieser scheiß Zielerfassungsdinger immer. Ich stecke ja mal fest mein Rechner so auf. Das heißt, man hört ihn jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit im Hintergrund. Haut ab. Der lebt ja immer noch. Das hört mir jetzt auf, dass der noch auf ist. Hat man wahrscheinlich die ganze Zeit wunderbar gehört. Habe ich jetzt schon saved? Keine Ahnung. Mach es einfach doch mal. Munition. Das ist keine Munition. Das ist gar nicht. Ich brauche Munition und er gibt mir gar nichts. Das ist doch nichts. Sterben. Bitte. Sterben. Ach. Jetzt hänge ich wieder in so einem scheiß Stab fest. Herrlich. Ich liebe dieses Spiel. Es ist so scheiße. Und tschüss. Noch einmal. Und hey. Es ist abgestürzt. Noch was Neues. Woho. Keine Munition. Warum tut ihr mir das an? Alles was ich will ist Munition und davon reichlich. Alles was ich will ist Munition und davon reichlich. Ich krieg keins um beiden. Einer. Oder im gespeichert hab. Ich habe keine Ahnung was der jetzt sagt, aber Das ist eh nicht so wichtig. Das ist eh nicht so wichtig. Weil der hat Trojax, ich habe keine Munition und kaum noch Schild. Ja, und er trifft mich natürlich wunderbar, obwohl ich durch die Gegend fliege, wie... ...bescheuert. Hey, jetzt habe ich gar nichts mehr. Und das Ding fliegt an mir vorbei und tödelt mich trotzdem. Ja, ist mir egal, welchen du laden willst. Ah, den da. Der kann da durchfliegen, kann ich das auch? Ja, kann ich auch, cool. Zu spät. Ja, das weiß ich selbst. Ich hoffe, ihr habt sehr viel Zeit jetzt noch. Oh, ich habe ihn nochmal getroffen. Entschätzt. Da ist er, da ist er. Doch, kann ich. Ich muss nur oft genug laden. Und speichern. Und lasst sie doch mal treffen, Mensch. Ach, halt die Fresse. Ich bin noch nicht mal dran, besiegt zu werden. Ich habe noch voll die Munition und Waffen und... Ich habe Waffen davon träumst du nur. Aber ist hier nichts da. Ich habe Puls, Trojax, noch vor den Angst sammelt. Oder Rassismus. Bloß gar nicht, weil ich kann die Waffe hergeben, ja auch kein so nimmer benutzen. Doch. Ich brauche nur sehr viel Geduld. Hey, werdet ihr beschädigt, von dem er von dem Ring getroffen wird? Nö, das wirst du, du. So, ich, ja. Wunderbar. Und kommt mir jetzt bloß noch damit an, ich soll eine neue Version von den Porten nehmen. Die funktionieren überhaupt nicht. Kann ich glaube ich getroffen, ist hier mal gleich nochmal. Kann nicht lang dauern. Ich habe ihn schon wieder getroffen. Ach, diesmal nicht. Und getroffen. Nicht getroffen, weil er abkauen ist. dass wir da wohl rauflocken was ist doch doch wird er rot wenn er weil er getroffen wird von irgendwas oder wird er rot weil er die waffe abfeuert weil er die waffe abfeuert okay ach komm schon halt doch mal die fresse ich bin schon wieder getroffen wie gut ich bin hörst du oft es war nicht in ordnung dass du mir da hinterher fliegt das ist gar nicht in ordnung was die ist 100 prozent ich kann mich laden immer und immer wieder ich wünsche mein kabel würde nicht ganze zeit aus irgendeinem unbekannten grund vorrutschen mich voll verarscht die ist bei 101 prozent man quatsch die ist voll hoch ich kann praktisch nicht verlieren bei meiner momentanen ausrüstung ich habe ein papier fliegt in raumschrift dass ich aus papier gebastelt habt und da habe ich volle schild drauf geschrieben das schützt mich total haha und noch ein treffer nein nein ich kann auch ganz oft laden dieses kacke problem nicht so nein ist es nicht ich bin wieder getroffen ich bin so gut nein ist es nicht ach komm schon ich hab doch mal irgendwo hängen oder so ich fürchte dich nicht das ist überhaupt nicht langweilig nein und das ist total spannend und halt mal dass sie doch von diesem ringser quetschen spiel steht warum auch immer egal ach ich habe mich speichert nach den letzten zwei treffern ich bin so reich ich muss das gar nicht mehr machen warum mache ich das gleich noch mal wenn es wenigstens ständig abstürzen würde so ich glaube ich habe mal getroffen möglicherweise vielleicht auch nicht ach trefft sich damit selbst oder also wenn er so an die wand schießt schreibe ich nicht ich weiß immer noch nicht welches von meiner verhalten mich in den ruinen trägt nur wo ich weiß nur dass es mich in den ruinen trägt dein mutter achtet auf die panzerung kann sie nur um stunden handeln zumal ich nicht auf leicht spiel wo der jetzt wahrscheinlich schon tot wäre war das ein treffer oder war das keiner das war auf jeden fall einer ich verstehe immer noch welches verhalten mein unlogisches verhalten hast du nur speichern verhalten lässt nur speichern haha wie ich ihm zeige und bäm gleich noch eins reingedrückt und gleich noch nein nein nicht da hoch nicht da und nicht getroffen aber jetzt gibt er mir munition fick dich arschloch fick dich ich will gar keine secrets finden biosphäre sind es einige der wichtigsten systeme der biosphäre die belüftung und still ist hier und stellen die zielungsfelder werden von einem solar generator gespeichst die müssen sie fit und zerstören nehmen sich vor exogenen exogen in acht eine gemolation die den unteren level laubert das ist gegner art oder ein endgegner auch nicht schon wieder so ein endgegner warum mache ich das gleich doch war ich meine ich habe doch inzwischen genug geld und alles ich kann mich zur ruhe setzen hieß es doch ja hau nur ab hier ist nix toll erst mal speichern mal sterben dann danke auch mal ganz toll gar nicht so schlecht was ist das was ist das ach kann du meine ja richtig das oben rechts sind ja meine minen wie ich erfahren durfte haha wie habe ich das gemacht ich habe keine ahnung du schon wieder egal kostet mir nur wieder wertvolle munition und das schreit schon förmlich nach das hätte ich nicht geahnt naja man schon schließlich aufgelöst dass ich sowas überhaupt mal hatte ist doch was schöne ich meine allein ist mal gehabt zu haben ist doch viel besser als weiterhin zu haben diesmal gehe ich gleich auf nummer sicher und lade sofort ständig weil wenn ich wieder so ein endgegner bekommen na gute nacht ja wenn ich es mal treffen würde wäre das mal schöne sache aber nö ist nicht halt dich fresse sterbt ihr jetzt mal trefft euch doch meine mutter ist ein schutzschild kann ich mich zweimal hinter verstecken ok zwei richtungen ich nehme die da und das ist wahrscheinlich die falsche das sind einfache gegner ich muss da wahrscheinlich in beide richtungen ich will aber nicht da drehe ich mich noch langsamer da unten drin oder sind gleich zwei jahre geht es noch was liegt in der anderen richtung schauen wir mal in die andere richtung vielleicht ist die ja schöner die hat einen turm so der turm ist weg und da hat sie noch einen anderen turm und ein flieger halt die fresse schau mal stirbst du auch mal also wer ist denn dank und tschüss tschüss braver turm gegner irgendwie so ein schwuler reaktor die ganze scheiß sound macht ganz toll sogar mit grafischen animationen zweidimensionale grafische animationen kann kaputt schießen kann auf jeden fall drauf schießen dann leuchten sie lustig ich glaube die gehen nicht kaputt vielleicht kann ich den reaktor direkt kaputt schießen vielleicht die leue irgendwie nicht ne ach da oben geht's weiter ach was ist das denn jetzt schon wieder so mir reicht's freut reicht keine lust mehr weckt mich am arsch spiel selber los runterladen sofort auf total mal eben alle missionen durchspiel wie viel habe ich denn überhaupt noch danach 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zu viele egal das was wir heute versagen ich hasse dieses spiel es ist scheiße auf wiedersehen bis zum nächsten mal toll 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 Vielen Dank.